Tino Toppel hat vor dem Spiel gesagt, man wolle das Spiel kontrollieren. Das gelingt der Eintracht hier nicht. Also das ist hier bislang eine echte 50-50-Nummer. Und jetzt kommt Götze! Und jetzt ist es keine 50-50-Nummer mehr. Wenn er so aufgefordert wird von Jubiläum zu Jubiläum. 45. Minute, Mario Götze. Ausgangspunkt, Terz. Dann geht es über Braun. Und Ekitike nimmt den Abwehrspiel heraus. Das Spiel ist aus! Eintracht Frankfurt schlägt Werner Bremen mit 1-0. Guter Geburtstag, jetzt endgültig. Sehr guter Geburtstag, dieser 44. Und Mario Götze trifft in seinem 100. Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt.